Heute ist es soweit. Morgen feiere ich meinen 90. Geburtstag. Und ich will mir eine liebestolle Nacht mit einer Jungfrau schenken. Lass mich runter! Dein Vater muss nichts davon erfahren. Immer nur eine nach der anderen. Na, treibst du es nur? 20 Jahre bist du verschwunden, dann tauchst du wieder auf und verlangst Unmögliches. Ich war noch niemals verliebt. Ich habe ein Geschenk. Die Kleine. Mein Sohn versprich mir, dass du Junge heiratest. Eine weiße Frau. Ich tauge nicht mehr. Die Alten verstehen es am besten zu lieben, meine Delgadina, denn sie haben nichts anderes zu tun. Die Jungen dagegen sind mit ihrem Leben beschäftigt. Ihre Arbeit. Wie sie Erfolg und Geld erlangen. Für die Alten ist all das nicht mehr wichtig. Ob Bettler oder König, der Tod kann überall und jederzeit auf dich warten. Bist du wieder da? Immens, das ist es. Mama! Ich bin jetzt schon ein alter Mann. Ich habe immer gedacht, dass aus Liebe zu sterben nur eine faule Ausrede der Poesie ist. Stirb ja nicht, bevor du das Wunder erlebt hast, aus Liebe zu vögeln. Die Endeffektion Danke fürs Zuschauen. Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo und vergesst dabei nicht das Glöckchen zu aktivieren. Untertitelung. BR 2018